Es fühlt sich so an, als wäre ein U-Boot in mein Gesicht gefahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Inselradio Anbaden 2018 Frisch, aber erfrisch. Aber niemand im Wasser. Niemand. Nur 20 Leute und man sieht's. Man sieht's. Wirklich angenehm. Ich geh vorbei. Ganz leicht auch nur. Und wie war's? Das ist super, wenn man als Österreicher nicht gewohnt ist. Ja. Ja, dann gleich wieder rein, oder? Wow! Das Gesicht verrät einiges. Es fühlt sich so an, als wäre ein U-Boot in mein Gesicht gefahren. Aber ansonsten ist das alles toll. Ne, ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ne? Jetzt nö. Wassertemperaturen schätzt du? 3 cm. WM es nicht. Wiedersehen. WM es nicht. WM es nicht. WM es nicht. Ja, wir haben es einmal mehr überlebt, zur Belohnung gab es für das Team sogar ein paar selbst gerupfte Blumen. Ne, wir haben es tatsächlich geschafft, wir waren im Wasser unter widrigsten Bedingungen. Also wir hätten gedacht, Ende Mai oder Mitte Mai solche Bedingungen hier zu haben im Wetter, aber wir haben es geschafft, wir vermissen immer noch eine Person, aber mal gucken, vielleicht wird die noch irgendwann hergetrieben. Auf jeden Fall, es war toll, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, die Interesse gezeigt haben und nächstes Jahr sehen wir uns garantiert nochmal bei besserem Wetter. Und denkt daran, genau jetzt unter mir unseren Kanal abonnieren auf YouTube, Freunde, damit ihr auch nichts verpasst.